mein leiter und willkommen zurück zu generation zero mit schnocher und fuba also ich habe also ich habe hauptmission habe ich noch zwei aber das sind diese komischen bunker dinger die mission sind weg ja ich habe hier unten war doch noch eine markierung hier ich mach mal verfolgen was auch immer das ist kann man hier einen wegpunkt da unten habe ich f nix super computer ich weiß aber nicht ob das von uns ein unterschlupf ist außenposten steht da fastabok außenposten vielleicht wieder zum übernehmen wo man bauen kann das kann sein ich bin irgendwie in kampf eingetreten ist aber nicht mit was ja da kam es ja dicke schüsse die rakete sehen so wir müssen aber über die ich was glaube da müssen wir jetzt wirklich dann in der hauptmission die bunkers finden alle noch scheinbar also ich habe hier hermelinen bunkers quatern und dann und minken und dann steht hier noch suche nach dem kommandobunker in der marschland region das ist übrigens bunkers quatern ja gut so schwer ist es ja eigentlich nicht weil du wenn du über die karte fährst siehst ja welche region hat immer so ist und was haben wir basis verteidigungsmission ach nee das könnte man starten aber ich sehe nicht wo der bunker ist wenn man so groß raus geht so dass auch ich habe nicht auch verfolgen gemacht ne ich glaube doch jetzt zu eins was willst du echt ich wollte trotzdem mal den bunker anklicken marschland region wo ist die marschland region du musst du musst über die karte fahren ackerland du bist jetzt schon über die brücke gelaufen wald oder bist du durchs wasser nein ich bin über die brücke wald region ist hier wo ist in die marschland region der will theoretisch oben links ganz oben links ist die ok da vielleicht machen die soll jetzt den computer kack da machen ja zumindest mal gucken was das ist das wird ich glaube dass sie sich auch so bei auf dem berg als war die basis platte gemacht haben zumindest einmal befreien dass das dann aktiviert ist genau 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 und dient ihr glaube ich dann auch als schnellreise aber die special gegner die hatten ja nichts cooles gedroppt oder so ne eigentlich nicht ich weiß nicht so wirklich wofür der dann da ist haust dann einen haufen munition drin und dann ja vielleicht lassen die goldenen waffen oder so was kriegen würde für goldene waffen naja mit fünf sternen so was meinst du zwei beiner rechts die könnten wir eigentlich naschen oder weil die nicht naschen mach doch ich bin noch ewig weit hinter dir oder sind kleines häuschen das sieht er wieder in kampf eine treten stand bei mir jetzt ist bestimmt gar nichts drin aus kampf geflohen zeig doch waffen kiste sie kommen oder für präzision na toll und wieder gift jetzt wo ich sprinten deaktiviert habe das so nahkämpfer oder was macht ich sterbe wo bist du denn ich musste nicht bauen ich wollte dich gerade auf geht doch nicht ohne adrenalin habe ich aber auch nicht gefragt ich bedauern ach ja ohne sprinten das echte war richtig scheiße so kann ich wechsel gleich was auspacken so kann ich wechsel gleich was auspacken ach jetzt holt der Dippie hier und drückt mich weg ey jetzt hat der wieder gift gemacht oh es gibt sogar hier als granate er hat mich da unten entsprungen jetzt bin ich auch down na dann siehst du alles richtig gemacht so bin ich ja da beim unterschlupf gleich sporn in der nähe sporn brennballschläger gibt es hier und kann ich hier gleich was in die kiste schmeißen so gegenstand ablegen die ak kann ich da auch mal wegpacken die bräuchte nicht mit schleppen so die ak da wollte ich ja nochmal gucken siehst du die ak habe ich nicht wieso habe ich das nicht weil dir die wahrscheinlich verschrottet hat das letzte mal die heißt stromgewehr ai 76 bestimmt weil die nur einen stern hatte oder sowas das kannst du haben ja ich glaube das automatgewehr ist aber sogar besser so von mir für wo bist du denn gespawnt na wo hast denn du gespawnt na gleich neben dem punkt wo wir hin wollen naja wieso habe ich das nicht gesehen das ist doch unser unterschlupf ein schnidaler irgendwie hatte ich das Gefühl ich habe es nicht gesehen also entweder war ich blind oder es war für mich nicht ersichtlich einfach nur blöd schnuchze ich würde ja eigentlich auf blöd zücken das ist ja dein part ne 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 doch 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 so lass mal da hin rinnen hier die insel müsste ja auch noch fast voll sein ach das war der schrottplatz echt aber weil da jetzt so an mit dem symbol nee das ist so wirklich so eine basis zum bauen wir sind am schrottplatz vorbeigelaufen das haben wir doch letztes mal hier auch gesehen haben wir uns noch gewundert was das ist stimmt hier haben wir sprengstoff überhaupt äh stopp wie waren das ich weiß gar nicht wie waren das letztes mal haben wir da nicht sprengstoff aufgesammelt ja das war aber von der mission her oder das heißt wir müssen ja erst sprengstoff sammeln wahrscheinlich das wäre ja doof das wäre ja doof aber ich weiß gar nicht wo du sprengstoff aufgesammelt du brauchst noch munition dafür oder ich hau mal mit einem bazooka rauf habe ich auch achso aber ich sehe es gar nicht ist nur auf meiner seite schwarz okay nichts passiert so das heißt wir wollen jetzt in den norden oder wie hießen die der andere bunker welcher region ist der denn vielleicht ist der näher dran na da gibt es nur kommando netzwerk der suche den feldzug plan im bunker westland sorgen und marten guck mal bei hier ach ne die haben wir äh minkeln der marschlandregion der marschlandregion der marschlandregion müssen wir noch finden naja das ist doch der das war dann aber das ist da oben okay da mache ich mal einen wegpunkt hier hin zack da haben wir zumindest den zugang unter schlupf zack wo hast du einen wegpunkt gesetzt bei der zwei oben links ja jetzt hab ich schnellreise dahin gemacht in der nähe ja 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 wir mussten hier in der region genug töten um diese um den kot zu bekommen ja drei viecher haste die haben wir immer dabei aber hier sind schon mal große mit denen lege ich mich nicht an ich weiß gar nicht wo du rennst doch in die falsche richtung oder nicht oh ich renne nicht ich laufe zu zwei achso ja ich wollte grad zu eins laufen ich laufe zur falschen richtung ja aber du rennst ja da so weit rechts ja guck mal was da auf dem feld ist ja die sehen uns doch nicht hallo ich laufe hier im schatten guck doch mal ja genau ja ja wenn du gleich tot bist komme ich nicht ich muss ja du hast doch ihr Kinder nö nö hi jetzt kommst du jetzt in meine richtung du bist doch im schatten was ne da war der schatten weg gerade ich muss ja hier im schatten wandern ich werde langsam gelb ja die kommen auch alle in deine richtung ich bin äh in den kampf eingetreten ach so mhm aber da kommen nur zwei zwei beinahe nach also das geht noch vor allem mega sound als wenn da jetzt so eine fette rakete kommt weißt du und du schießt jetzt extra auf alle damit alle her kommen oder nur auf zwei drei sind es jetzt übrigens ja ja schau der eine sieht so komisch aussah der einzelne siehst du denn der leuchtet so wegen der sonne ja sag ich ja guck mal jetzt am feld bleiben sie stehen ne noch mal kurz geguckt wollen hinterher kommen war hier wieder was mit brücke oder sind wir kommen wir hier einfach so drüber keine ahnung hab nicht geguckt ich glaube wir kommen einfach so rüber die einschläge kommen näher ja ja vor allen dingen sie schießen auf dich na wollen wir den hier einfach weg snacken ich bin ja schon dabei rechts von dir kommt auch hat ein mini-mi abgeworfen jetzt ist er weg der ist bei mir weg der mini-mi weggebeamt was ist der große noch ja der steht bei mir da wieder rum lol den kleinen sehe ich und den da schießt er auch noch ja wen hier rechts steht auch noch einer ich höre zwar schüsse aber ich sehe absolut nichts hier und einer schießt noch von der ganz hinten das kampfbeflogen stand doch ich bei mir gerade ja lass weiter rennen brauch er hier nicht auf also die zwei die diese mini-mi abgesetzt haben die standen da bei mir auf jeden Fall noch er war zu weit weg dann da aus für deren kampf range das kann sein auskampf geflohen bei mir kam das gar nicht und wie jetzt mal holz gesnackt hier so theoret wir sind ja schon in der marschland region jetzt müssten wir eigentlich Gegner weg nee 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 für den haben wir schon die codes und wo ist der bunker die müssen wir finden naja also auf dem berg wahrscheinlich hier wo ich jetzt die zwei hinsetze da könnte ich mir gut vorstellen jetzt kommt bei mir auskampf geflohen 0 wo hast du die zwei hinsetze hier zeigt er doch schon und was mit einem haus an also das sieht ja das ist ein unterschlupf hier steht doch da steht doch hier der bunker ist doch sogar markiert auf der karte na da wo du die zwei hinsetze hast oder sehe ich nicht bei mir nee viel weiter unten ich habe keine ahnung hier wo ich da da ist bei mir symbol wo der name von dem bunker steht ok also da muss irgendwo einen eingang geben oh hier sieht es gut aus schon ich denke mal da waren wir auch nee das ist bloß so ein Holzfällerlager wieder Holzfällerlager hier gibt es auch ganz viel holz hier in der region anschein dann können wir auch erstmal wieder ein päuschen machen das ist ja zum einsammeln gibt es hier überall Holz ja da unten muss irgendwo dann schon der Eingang kommen so dann Folgenpause oder oh ich habe jetzt hier ein Munitionspaket drin ja hatten wir doch schon öfter zum aufstellen Landminne habe ich hier jetzt noch Granate ist hier ein Unterschlupf oder was achja das ist ein Unterstupf echt nee doch nicht aber hier sind Lager ok ist doch nicht so verkehrt und eine Fahrradstation aber Lager ist ja nicht so verkehrt hey jetzt habe ich alles abgelegt naja gut bin ich jetzt richtig leicht war ja nee das wirst du niemals sein gut dann würde ich sagen Folgenpause spitze spitze bedanke dich spitze bedanke mich bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss